Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nö, Toiletten Der Ausgangsort des Bösen, könnte man so sagen Vor allem auf der Frauentoilette Na, diesmal nicht Glück gehabt Fluglounge Ah, ja voll Das war der Anfang, das war der Anfang, das war der Anfang Das ist der Beweis, hier waren wir schon mal Das ist der Beweis Ja komm her Bam, die Dauer ist genial Boah, das haut sie grad vor den Füßen Genial Keine Chance, du schwarzes Mistvieh Keine Chance Boah, ist das geil, wie lange das mit dem Mit dem Reaper geht Das ist super Leute, wie viel von diesen Mistviechern waren das jetzt Und wie leicht ich sie einfach alle weggeschnetzelt hab Ey, ist das geil Da fühlt man sich so obermächtig irgendwie Das waren vielleicht dieselben Viecher Wisst ihr noch Als wir damals weggerannt sind Voller Panik Voller Angst Im ersten Part Oh man Und hier, wo das Schiff einfach mal Abgestützt ist Ich werde jetzt das Shuttle andocken Ganz vorsichtig Safte Wenn du zerstörst es, dann bist du dran schuld Und ich werde dir niemals verzeihen Ich bringe das Shuttle jetzt runter Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren Und den Marker manuell unter das Shuttle bringen Ähm Okay Wehe, du versaust es, dann stirbst du Laufen, 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 laufen Ah, dann müssen wir wohl hier durch Jo Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Schwerkraft deaktivieren Entritt Schwerelosigkeit Wo muss ich jetzt Ah, ich muss da runter Ah, nein, 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 nein Oh, hopp Das wollte ich eigentlich nicht Falschen Knopf gedrückt Mal wieder Yay, Rundflug Schienen umschalten Ja, ich Ach so, Rätsel, 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 Rätsel Sofern man das nur jetzt nennen kann So, ich hab keine Lust zu laufen, deswegen fliege ich lieber Juhu Ist doch nicht cool, Leute Nein Ist doch nicht so cool Oh mein Gott, wie viel sind das? Kommt, 2 auf 1, 2 auf 1, 2 auf 1, 2 auf 1 Oh, der ist schon tot, hoppla Verdammt Oh, verdammt Nicht genügend Platz für Strahle-Munition Das ist böse So, lässt, lässt ihr mich jetzt bitte meine Ruhe arbeiten? Ich muss hier meine Arbeit verrichten Äh, wie viel andere Munition haben wir denn? Äh, wir haben verdammt viel, äh, wie heißt sie? Strahle-Munition Verdammt, weg damit Und ich nehme dafür Plasma-Energie Warte mal, hier ist noch mehr Amor, sehr schön Voll auf den Marker Nein, nein, nein Wo ist die Munition? Da, da fliegt sie, da fliegt sie, da fliegt sie Ah, ich kann sie nicht aufsammeln, okay Alles klar, alles klar, alles klar Ähm, ist das richtig ausgelegt? Keine Ahnung Nee, sieht nicht so aus So sieht's richtig aus Komm her, du Tau Komm her, du Tau Schienen Aha Los, geradeaus mit dir Geradeaus Oh Oh, Mann Aha, so Nee, das muss so sogar gemacht werden Es geht gar nicht anders Ja, okay, gut Dann hab ich nix gesagt Dann hab ich nix gesagt So, nach vorne Nach vorne Los Komm Nach vorne Mit dir Ah, das ist schon richtig eingestellt Sehr schön Oh, oh Boah, voll in den Kopf geschossen Oh, oh, oh Übel, übel Da hinten ist noch mehr Amor Da will ich hin Da will ich hin Wuhu Boah, ich liebe die Schwerelosigkeit, ey So Alles mal schön nachladen So, jetzt mach ich mal einen Wall Jump Auf die Wand Und Na, das hätte eigentlich schneller da verlaufen sollen Na egal Egal, wir haben trotzdem Wall Jump gemacht Äh, könntest du jetzt Weder noch Vorwärts gehen Och, komm Ihr nervt Ach, komm her Du Mistvieh Die Dinger nerven langsam Aber wirklich tierisch So Was Nein, das müsste doch gehen Das ist richtig eingestellt Geh Nach Vorne Na los Ja, geht's jetzt oder was Es ist darunter Hallo Es ist doch jetzt unter dem Ding Was soll ich denn jetzt Genau machen Und so, ne Müsste es jetzt nicht irgendwie heißen Ja, super So toll gemacht Oder sowas Ne Wollt ihr mir nicht Danke sagen Dass ich euch das Geholfen habe Oder wie Oder muss ich jetzt Schwieriglosigkeit Ausmachen Oder wie Achso War noch nicht ganz drin Ich hab mich schon gewundert Okay, in Position Wir haben immer noch Probleme Mit dieser verdammten Verladesteuerung Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her Ich sollte dann den Marker verlassen können Geht doch Geht doch Ich möchte darauf Kann ich dann irgendwo hin Jumpen Ah, hier kann ich hin Juhu Und geschafft Vorher noch ein bisschen Strahle Munition einsammeln Sehr schön So Schwerkraft Schwerkraft wieder an Gut Er ist an Bord Schließen Sie sich mir an Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten Wir können diesem Albtraum ein Ende ersetzen Endlich Na hoffentlich Lass mich raten Irgendwas völlig Und Wir dürfen keine Zeit verschwenden Wir müssen es jetzt tun What the fuck Fick dich Derjenige der da drin ist Wo gehst du hin Warte Ist das Kendra Wenn das Kendra ist Dann kriegst du sie richtig schön auf die Fräse von mir Du Nein Ich wusste es Kendra Ich hasse dich Ich sollte ihm dachten Dass er den Marker gefunden hat Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft Ach ja Danke dass du mir geholfen hast Ihn zu finden Mein Institut hat schon so lange nach diesen Planeten gesucht Was Kain nämlich nicht wusste War die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße Der ganze Planet war ein einziges Experiment Der Marker Dieses göttliche Relikt Von Menschen erschaffen Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers Einem richtigen Alien Artefakt das man auf der Erde gefunden hatte Sie brudelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker Sie brachten ihn dann nach IG7 und aktivierten ihn Du hast die Ergebnisse ja gesehen Der reinste Albtraum Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren Aber dann mischte sich die CEC ein Und fing an den Planeten zu durchlöchern Das Experiment war noch am Leben Kain hatte Recht was das kollektive Bewusstsein angeht Der Marker kann es eindämmen Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr oder Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen Wissentlich oder nicht Du hast deine Sache gut gemacht Isaac Ach fick dich Vielleicht sieht man sich ja mal wieder Ich hoffe nicht Oder auch nicht Danke